Jo, ähm, leider ist die Quest noch nicht für Stufe 35, sondern wahrscheinlich für Stufe 36 und deshalb müssen wir irgendwas anders machen. Ich habe hier noch die Quest angenommen für Magnaniten, aber es wird noch lange dauern natürlich. Oh, aber immerhin mal angenommen. Ähm, was können wir sonst noch machen? Ja, suchen wir mal ein bisschen auf Magnaniten. Kann ich auch ein bisschen besser erzählen. Ähm, ja, weiter mit dem Thema Bosheit. Ähm, man sieht auf YouTube vor allem schon sehr viele Leute, wie sie einfach nur noch machtgierig sind und überall Werbung verbreiten, dafür tausende Hates bekommen und sie nehmen wieder diese Hates. Wieso muss man haten? Wieso kann man nicht einfach nur sagen, bitte mach das nicht oder so? Wieso muss es gerade Hates sein? Verstehe ich ja auch nicht. Aber, hm, was soll man mehr? Ähm, ja, mehr kann ich jetzt gerade nicht dazu sagen. Ähm, machen wir mal das Gegenteil. Die Liebheit oder die, ähm, Gutmütigkeit. Ähm, da gibt es auch relativ viel zu erzählen. Ich finde es vor allem toll, wie die Leute die Tiere uns zu schützen oder die Menschen, die weniger gut oder fit sind. Zum Beispiel Tsunami-Opfern oder Vulkan-Opfern helfen. Ähm, ihre letzten Geldreserven ausgeben für solche Sachen, die ihnen nicht mal etwas angehen. Doch, klar, schon ein bisschen. Aber ich meine, sie profitieren nichts davon. Und, ja, das finde ich toll, das ist sicher, super. Und, auch Leute, die natürlich irgendwelche Sachen spenden oder, ja, für den Server spenden und so. Richtig toll dafür und danke, schön. Ähm, das gehört dann natürlich auch zu den anderen Servern. Und, ja, Lutube kenne ich jetzt gar nicht, ob die auch immer beschenkt werden oder so. Keine Ahnung. Aber, ja. Es wird leider sehr, bei vielen Sachen einfach zu den Falschen gespendet und solche Sachen. Das sage ich jetzt einfach mal zum Beispiel zur NASA oder zur, ähm, Diamant-Herstellung und so. Wieso? Das sind so Sachen, die braucht kein Mensch. Okay, vielleicht mit Riten abhalten. Die Erde zu zerstören, aber das kann man auch so nicht verhindern. Und dann wird da noch für den Krieg so viel ausgegeben. Ja, ich weiß ja nicht. Aber es ist wirklich schön, dass die Menschheit auch noch für gute Sachen spenden. Die jetzt nicht so viel bringen. Die halt nicht Machtgier bringen und solche Sachen. Und so Herztransplantationen und Blutspenden. Richtig genial. Schade, dass ich so einen schlechten Blut, ähm, Blutwert habe. Ich habe irgendwie Null negativ oder so. Oder AB negativ, glaube ich. Weiss jetzt gar nicht mehr. Ähm, vor allem kann ich leider nicht spenden. Also nicht viel spenden. Aber ich würde es gerne machen. Außerdem ist mein Blut auch nicht so sehr, ähm, ja, wegen meiner Suffrenz an Nieren, äh, an Hormonen so. Nicht so geeignet. Aber ich hätte so gerne, ähm, gespendet. So etwas braucht einfach die Welt und, ja. Ist richtig großzügig für die, die es machen. Jo. Leiteres Thema. Rechnung wird es leider nicht so viel. Ist nicht so viel Thema. Zwei Magnet-Titeln. Ähm. Dann ist für mich eigentlich Rechnung dann lieber etwas für den Livestream. Klar, es kommen noch Videos natürlich. Aber die kann ich auch nicht machen. während dem Livestream aufnehmen, wenn es geht mit der Internetleitung. Aber 30.000, das ist ja so viel. Ich hoffe nicht, dass so etwas, ähm, so etwas, äh, noch schlimm ist. Noch lecken wird. Und ich habe ja jetzt von diesem blöden, ähm, Firefox abgesagt. Und habe jetzt Chrome genommen. Ist viel schneller. Mal schauen. Weil irgendwie hat Firefox immer Probleme mit dem 64-Bit-Trip-System. Obwohl ich die 64-Bit-Version habe. Und, ja. Frisst einfach viel zu viel Power. Nimmt zu viel Internetleistung weg. Ne, so nicht. Ich würde ja gerne wieder zu Firefox zurückkehren. Wenn es dann mal ein bisschen besser wird. Aber diese Updates sind sowas wie Luft. Sie sagen immer, es wurde schneller und alles mögliche. Aber es wurde nicht schnell. Also man merkt davon nichts. Ja. Oh, von fast der Hälfte des Levels. Richtig nice. Wir können nachher noch ein bisschen Leveln. Und, ja. Heute kommt der große Tag. Mal schauen, ob ich das Internet, also dann weiß ich weiter wie schnell das Internet kommt. Und solche Sachen. Es wird einfach noch mit den Finanzen geregelt. Weil ich ja ein bisschen Hilfe beanspruchen muss. muss ich das immer noch ein bisschen den Leuten sagen. Die das für mich zahlen. Ja. Also mache ich jetzt mal viel Sport wieder. Das ist richtig genial. Das ist richtig, ähm, abwechslend. Also, ja. Bringt richtig viel Abwechslung zum Gamen. Und ich fühle mich auch top, top fit so. So. Ähm. Und fehle dadurch auch keine Zeit. Weil ich mache natürlich das, wenn ich eigentlich schlafen müsste. Ja. Fussball und Kampfsport sind meine Leidenschaft. Und Gamen natürlich. Das ist kein Sport. Hm. Ja. Ich hoffe, ihr werdet dann ein bisschen Livestream schauen. Eigentlich läuft es dann rund um die Uhr. Und. Und. Die Videos werden dann natürlich auch auf Video hoch. Äh. Auf Video. Auf YouTube hochgeladen. Und. Und. Da dürft ihr das dann. Könnt ihr dann das nachholen. Wenn ich es mal verpasst habe. Aber ich mache hauptsächlich Livestream Sachen. Die jetzt nicht unbedingt in. Die Let's Plays kommen müssen. Oder. Von. Games. Wo ich halt nicht Let's Play. Oder noch nicht Let's Play. Oder solch so. Ja. Okay. Hier hinten durch. Ich bin immer heiß irgendwie. Das nervt. Und. Die sind die Meter umschwungen. Ich habe ein sehr schlechtes. Im Nuns System. Und so. Und deshalb muss ich aufpassen. Wenn ich draußen. Jogge. Und so. damit ich, dass ich mich gut anziehe. Ja. Heute war wieder so ein, in seinem Chat, der meinte, wir müssten alle sagen, wie schlecht doch Regnum ist. Spiel mal Tezis, das ist schlecht. Jetzt hört er immer wieder, ich spiele FIFA 14, spiele FIFA 14, aber er hat es nie gemacht. Er hat es nie gemacht, er hat ja nicht mehr gechattet. Er kann doch nicht spielen und chatten gemeinsam. Er hat ja ein Sprachprogramm, das er schriftlich umsetzt und wandelt. Keine Ahnung. Oh je, solche Leute sind einfach Facepol. So viele Palme habe ich schon totgeschlagen. Aber eben sind meistens die Leute, die sich gar nicht bewusst sind, wie dumm sie machen. Wie schlecht sie einfach sind. Hm. Wo? Ja, also. Ähm. Ich level noch ein bisschen, dann zeige ich dann nochmals, äh, ja, die nächste Quest mit dem Wasseranhänger und so. Ähm. Ja, mehr will ich jetzt gerade hier nicht machen, sonst werden die Videos ja wieder zu schlecht. Also zu langweilig vor allem. Ähm. Ich hoffe, ich kann euch viel helfen, äh, das Spannende zu machen und so. Ähm. Ähm. Wenn ihr Vorschläge habt, so wäre ich sehr dankbar. Ich kann, die das natürlich sehr, sehr gut machen. Aber ich brauche ihre Hilfe und, ja. Ja. Was gibt es sonst noch? Ja. Momentan ist es eigentlich relativ gut wieder mit den Aufrufen und mit den Likes. Ich danke dafür. Aber es kann natürlich gerne ein bisschen mehr sein. Ohne jetzt zu, zu nerven oder so. Es ist wirklich nur ein Klick und, ein bisschen schreiben oder so. Ähm. Macht ja auch nix, oder? Ja. Ich bin sehr sozial und mir fehlt es einfach bei Youtube ein wenig. Aber, ja. Man ist halt am Anfang noch und nicht so wie bei Gronkh oder so. Aber Gronkh scherze ich einen Scheißdeck dafür. Ich mache wenigstens alles. Und ja. Eie, die ist ja verdient. Hehehe. Nein. Ich bin ja nicht nachgehend. Also. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Dankeschön fürs Schauen. Bye Bye.